Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist der Botanische Obstgarten. Entstanden aus einer Knabenbeschäftigungsanstalt während der Industrialisierung, wurde er später zur Baumschule und schließlich zum Botanischen Obstgarten. Heute findest du hier eine große Vielfalt an Obstsorten, bunte Staudenbeete, historische Gartenlauben aus verschiedenen Epochen und eine Eisenbahnerlaube aus einem alten Zugwaggon. Es gibt viele Veranstaltungen, Märkte, einen Hofladen und ein Hofcafé. Sogar ein eigenes Programm für Grundschulklassen. Der Förderverein und das Grünflächenamt sorgen dafür, dass der Garten ein Kleinod bleibt.